Halliallöche meine Freunde und damit herzlich willkommen zurück zu Northern Lights. So, ähm, frisch angekommen erstmal eine Runde. Schlafen. So, wir sind nämlich ausdauertechnisch ziemlich müde. Wir müssen wohl alle Kartenteile finden, um dann irgendwie von dieser Insel runter zu kommen. So, mitten in der Nacht aufgewacht. Ja, komm, wir essen nochmal einen Happen. Eingekochtes Ei. So, sieht's aus. Ja, trinken könnten wir, aber wir haben jetzt kein Feuerholz für da. Ja, kann ich da eventuell auch was anderes reinschmeißen? Zünder. Zünder. Kann man die als Treibstoff benutzen? Nein. Okay, dann ganz schnell... ...ganz schnell Schnee schmelzen. Und dann machen wir uns eben schnell eine Pasta, mitten in der Nacht. Ja, kennt ihr doch, oder? Mitten in der Nacht, so um, keine Ahnung, zwölf oder so. Erstmal eine leckere Pasta kochen. So ein Fertig-Ding. Ich hoffe, dass das Feuer reicht. Ja, steh halt ganz rein, dass du dich wieder verbrennst. Ah, Treibstoff haben wir noch. Kann das sein, das Nest? Oder den Stoff? Oder das Papier? Papier geht nicht. Das Papier ist wahrscheinlich eher Zünder. Äh, tun noch. So, einmal leckere Pasta essen. Vollgestopft. Ich weiß, ich hätte eigentlich zuerst mal noch ein bisschen schlafen sollen, aber egal. Wir machen das so, wie wir es machen. Und dann gehen wir da weg. Feuerchen brennt noch. Und wir schlafen weiter. Ja, ich weiß, ich sehe es, wir kriegen jetzt wieder Hunger. Und, ja, nicht viel Papo. Macht gar nichts. Also, 4 Uhr. 4 Uhr 42. Und es zieht schon wieder einen Sturm auf. Und wir schmelzen uns, solange wir noch können. Ganz minimal Treibstoff haben wir noch. Wofür ist das hier? Ist das auch eine Kochstelle, oder nicht? Komisch. Ähm, schmeißen wir uns noch mal den Topf drauf und machen uns noch mal Wasser. Jawohl, da können wir uns auch Reis machen. Wenn wir schon mal gerade da sind. Da essen wir noch einen Reis und dann machen wir noch was zu trinken. Und dann ziehen wir weiter. Wobei mir der Sturm eigentlich nicht gefällt da draußen. So, einmal Reis, Nam Nam und nochmal Schnee kochen. Und lecker Schnee trinken. So, den haben wir wieder drin. Wir haben es 5 Uhr 14. Und sind voll ausgeruht und voll fit. Ist da wieder was gespawnt? Nein. Hätte ja sein können. So, Feuerchen lasse ich brennen. Wir düsen weiter. Wohin denn? Yachtturm. Ich würde sagen, in Richtung Osten. Und dann so ein bisschen hoch. Pökel einmal. Planke brauchen. Uäh. Brauchen wir nicht. So. Taho. Kompass, meine ich natürlich. Da ist Norden. Wir wollen da in Richtung Osten ziehen. Jetzt stolpert doch hier nicht so. Ist richtig, ne? Jetzt können wir ja auch wieder ein bisschen... ein bisschen rennen hier. Erstens, weil das Inventar leer gefressen ist. Und zweitens... Boah, wir sind schon wieder. Wir haben schon wieder hier ganz viel Energie verloren. Da... War ein Fuchs, glaube ich. Ich weiß nicht, ob uns Füchse auch angreifen. Ich habe keine Ahnung. Wir gehen da in Richtung Osten. Oh, oh, Wildunfall. Oh, das war aber knapp. So, sind wir richtig? Wir gehen hier rüber. Sehr gut. Bei mir kommt es so vor, als würden wir so ein Stück nach unten gehen. So leicht nach unten abdriften, obwohl ich eigentlich komplett sauber in Osten gehe. Ja. Absolut sauber auf dem Weg in den Osten. Und wir laufen. Obwohl doch, wir sind ein Stück runter und laufen in den Osten. Können wir ganz leicht nach oben laufen. Ganz leicht. Das gefällt mir gar nicht. Das gefällt mir nicht, dass da Wölfe sind, gell? Die Sauhunden. Die Wägen. Das kann es ja nicht sein, dass da die Wäufen rumrennen. Mistviecher. So. Und die rollen auch hier rum. Was ist denn los mit euch? Sonst kann es eigentlich Danke, oder was? Sind wir bescheuert? So. Schönes Wetter. Aha. Schön. Sonnig. Ah, toll. Schönes Wetter für einen Spaziergang. In der rauen Natur. Oh. Eine Straße. Schön. Soll ich der Straße folgen? Eigentlich nicht. Ich schaue mal auf die Karte. Ich würde mal wieder ein bisschen nach oben tingeln. nur, dass wir so ein bisschen in die Mitte des Gebiets laufen. Eichenrinne, äh, Fichtenrinne, äh, Fichtenrinne. Sehr wichtig, falls wir die letzten Streichhölzer verbrauchen. Was wahrscheinlich relativ schnell gehen wird. Da oben. Ist immer mal wieder Ruckelparade. Aber, das sieht trotzdem gut aus. Nachher im Bild. So, ich schaue mich mal um. Nichts. Weit und breit. Nichts. So, wo sind wir denn jetzt? Hier. Dann würde ich jetzt hier mal noch ein bisschen nach oben tingeln. Tingeltangel. Einfach nur um den größten Teil der Karte abzudecken. Da könnte ja überall sich ein kleines Dorf noch verstecken. Äh, und riesige Ruckler. Achso. Ich dachte gerade. Die Musik gerät ins Stocken. Und dadurch, dass, äh, meine Ausdauer weg war, hat er plötzlich den Speer so gehalten. Es dachte ich, hä, was ist jetzt los? Hat er was gesehen, was ich noch nicht gesehen habe? Äh, ja, bleib mal dran. So, gibt's hier irgendwo was? Nein. Wie weit sind wir schon oben? Noch nicht wirklich. Oh, ein riesen Freeze. Uh, uh. Da muss aber einer rödeln. Ja gut, ist ja auch kalt. Da ist eine Freeze, ist da völlig normal. It's quasi freezing cold. Hm, blaue Beeren. Ich weiß, die sind, die sind essbar, aber, hm, nee, wie gesagt. Ich beschränke mich auf abgekochtes und gegrilltes vom Wild. Oh, ich liebe Wild. Regulasch und sowas. Und Wildschwein und, hm. Und Wild ist ja auch vegetariermäßig besser vertretbar als gemästetes, hin und her gekarrtes, über weite Strecken gekarrtes, in fremden Ortschaften geschlachtetes Mastschwein. Oder Rind. Die Viecher haben keinerlei, ähm, Platz, wo sie laufen können. Ein Stück weiter, so, weiter, so rüber. Haben keinen Platz, wo sie laufen können. Dicht auf dicht hängen sie aufeinander. Werden dann auch noch übel lang, übel weit in der Gegend rumgekarrt. Und, nur damit wir billiges Fleisch aus Holland oder so kriegen, äh, versteht das nicht falsch. Ich bin Fleischesser, aber ich kaufe kein billiges Fleisch. Und, äh, so Aldi und Wiedl und so, die haben ja mittlerweile auch den Zahn der Zeit erkannt. Hallo. Und, ähm, kaufen auch kein billiges Fleisch mehr. Also, kaufen und verkaufen. Kein, kein billiges Fleisch mehr. Sondern auch nur noch in guten Haltungen. Ah, guck mal, da unten ist irgendwas. Da unten ist irgendwas. Dann wollen wir doch da mal hin. Pass auf, da ist wieder so eine dumme Fischerhütte bestimmt, ja? Was ist das? Ist das so eine... Ja, das sind nur zwei so eine dummen Hütchen da. Die brauche ich nicht, nö. Und da hinten, ich schätze nicht, dass da noch was ist. Da müssten wir ganz nach da hinten laufen. Da habe ich jetzt wenig Böcke drauf. Wobei wir da schon irgendwie hin sollten. Andererseits... Ja, lieber da lang. Erfahrungsmäßig ist es dann wahrscheinlich da besser. Ja, auf jeden Fall, worauf ich raus wollte. Edel und Aldi, wie gesagt, verkaufen ja jetzt auch kein Billigfleisch mehr aus schlechter Haltung, sondern tatsächlich nur noch Haltungsstufe 4 und sowas. Also 4 und höher oder 3 und höher, ich weiß nicht. Mit Aufzucht in Deutschland, Schlachtung in Deutschland, keine großartigen Hin- und Her-Transporte, mehr Platz und Spielzeug, dass die Schweine auch ein bisschen so was haben zum Spielen und so. Das ist ja schon mal ganz gut. Aber wild, wild ist eigentlich immer noch das Beste. Denn jetzt stell dir mal vor, du bist so ein Reh. Also stellen wir uns mal vor, du bist ein Schwein, du wirst geboren in einem Mastbetrieb. Und bist von Ferkel an bei den anderen Ferkeln und dann, ähm... Ja, wirst du so ein Jahr alt oder so. Und dann, äh, geht's zum Schlachter. So, da hast du nicht viel gehabt von deinem Leben. Jetzt aber... Ja. Ist ja gut, Rabe. So ein Wild, so ein Reh, das hier den ganzen Tag durch den Wald rumspringt. Und dann kommt der Jäger und ballert einmal schön hoffentlich, äh... Ja, ich... Nein, lauf weiter. Ich seh dich. Lauf weiter. Oder zurück. Ja, kannst auch zurücklaufen. Ist auch okay. Ähm, du läufst fröhlich durch deinen Wald und dann kriegst du einen vor den Latz geballert mit dem Gewehr. Und wenn es ein sauberer Blattschuss ist, direkt ins Herz. Es tut einen Knall, du erschrickst dich. Es brennt kurz in der Jacke und tut irgendwie weh. Und aber dann, äh, rennst du rum und fällst irgendwann bewusstlos um und bist einfach tot. Ohne großartige Quälerei, ohne hin- und hergekarre, ohne Strapazen und sonstiges. Du hast dein ganzes Leben im Wald gelebt und Spaß gehabt und dann bist du schnell fast schon schmerzlos getötet. Und wie es dann weitergeht, ist ja egal. Wenn du tot bist, bist du tot. Ganz egal, ob du dann noch noch ein paar Kilometer unterwegs bist zum Schlachter oder als Kadaver ist dir das. Egal. Und da könnt ihr mir glauben. Also, ich kenne mich da aus. Ich war noch nie ein Kadaver, aber ich, ähm, ich kenne Kadaver. So. Ja, auf jeden Fall, ähm, so ein Wild hatte auf jeden Fall ein deutlich schöneres Leben. Weil es konnte halt in seiner gewohnten Umgebung im Wald rumspringen und wurde dann halt eines Tages PAM! mit einem Schuss getötet. Das ist wie vom Bus überfahren werden. Du siehst es nicht kommen und dann PAM! Ist vorbei. Aber wenn du jetzt so ein Schwein bist und bist in so einem Hänger drin und kommst dann an diesen Schlachthof, da riecht es ja nach. Nach Stress und nach... Also, die Viecher haben ja immer relativ gute Nasen und da riecht es ja dann... Die anderen Schweine haben ja Angst und schwitzen so Angst aus und dann Blut. Das Blut riecht ja auch. Also, die Schweine, ich glaube, wenn... Sobald die mit dem LKW in den Hof reinfahren, riechen die schon den Tod. Die riechen schon die anderen toten Schweine. Apropos totes Schwein. Dich lasse ich am Leben. Wenn du mir nichts tust. Ja, das ist auch das, wenn wir jagen wie früher, also als Jäger. Ich meine, gut, der Jäger sitzt auf seinem Hochsitz, der... Da kann nicht viel passieren. Aber theoretisch, wenn der jetzt runtergehen würde, könnte der von einem anderen Tier ja angefallen werden. Also, die Tiere... Ich weiß, es ist ein Fuchs, oder? Ist mir aber egal. auch Füchse können wehtun. Die Tiere tun es nicht. Aber sie könnten sich rächen. Also nehmen wir an... da ist eine Straße. Straße heißt Zivilisation. Wo sind wir auf der Karte? Hier. Das ist, glaube ich, gar nicht verkehrt. Ähm... In welche Richtung sind wir denn auf der Karte? Ja, doch. Ist gut. Dann können wir da, glaube ich, der tatsächlich der Straße mal folgen. Und zwar in diese Richtung. Und wir sollten dann auch schlafen. Oh, und ein Bettchen bauen. Okay, dann machen wir das jetzt. Äh... Ich muss dann auch die Folge demnächst dann mal beenden tun. Wo kriege ich Stöcke raus aus Holz, ne? Naja, und hier liegen auch ein paar. Was kommt mir hier alles so seltsam bekannt vor? Schon komisch. Naja. Also, wie gesagt, lieber... Ähm... Achso, ja, genau. Zwecks den Bären. Da könnte er dann theoretisch der Jäger könnte da von seinem Hochstand aus äh... jagen. Und das Tier abschießen und dann runtergehen. Und dann, äh, kommen andere Tiere. Ein anderer Hirsch oder so. Und bolzt ihm volle um. Könnte er sein. Oder ein Wildschwein. Greift ihn dann an. Also, Stöcke sind voll. Dann würde ich sagen, wir machen unser Bettchen hier. Oh, habe ich die anderen auch schon alle nicht mehr mitgenommen, Norden. Washington. In diese Richtung wollen wir. Auf jeden Fall, ja. Wild ist geil. Wild schmeckt auch voll gut. Ich mag voll Wild. Gerade so Reh und so. Finde ich voll gut. So, Stoff. Sechs Stück haben wir das. Seil vier. Stock zehn. Wir haben doch Stoff, oder? Zerstören. Ey, ey, ey. Das haben wir vergessen. Dann essen wir das lieber schnell. Ein Ei verknusen. Wir haben Stoff viermal, aber nur. Na egal, komm, dann mach ich. Machen wir uns ein Stockbrot. Äh, Stockbett. Äh, so. Einmal lecker Stockbett. Wir müssen dann in diese Richtung weiter. Machen wir mal hier hin, so. Leicht schräg, aber geht schon. 500 Stöcke mehr erforderlich, oder was? Entschuldigung. Mit. Ja. Benutzen. So. Und gleich wieder aufstehen. So. Einfach nur kurz umzuspeichern. Dass wir nicht so arg verhungern. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir hier eine Folgenpause. Esst fleißig Wild. Denn Wild hat's gut. Und Wild verbreitet sich auch. Wir haben ja keine Wölfe, die die Rehe fressen. Die Rehe fressen aber allerdings die kleinen Bäumchen. Die kleinen Bäumchen dürfen sie aber nicht fressen, denn wir brauchen die kleinen Bäumchen als große Bäumchen, weil wir die Bäume ja abholzen, um damit, äh, Papier zu machen. Dass wir dann, äh, wo wir dann draufschreiben, wir kaufen ihr Auto auch mit Schäden und das dann den Leuten unter die Scheibenwischer klemmen. Dafür brauchen wir Bäume. Für diese Zettel, für diese Karten. Wir kaufen dein Auto. Deine Schrottkarte. Ja. Dafür brauchen wir die Bäume und dann, äh, brauchen wir neue Bäume. Und, äh, wenn die die Rehe abfressen, die kleinen Bäume, dann müssen wir die Rehe, äh, dezimieren. Und essen. Lecker, Regulasch. So, also, dann, äh, sehen wir uns morgen wieder. Hoffe ich mal. So schnell wie möglich morgen. Oder auch, äh, dann vielleicht ein, ihr kennt's ja, ne? Äh, und dann, ähm, kann's mal passieren, dass wir uns, äh, vielleicht, äh, ein paar Tage später erst wiedersehen. So, auf jeden Fall, äh, hoffe ich, wir sehen uns morgen wieder, wenn's wieder ist, Time to Play hier bei Northern Lights. Und dann, hey, wir sind bei Tag 4. Und wir haben, wir kriegen, glaube ich, auch XP. Also, wir werden bald neue Zeichnungen kriegen und sowas. Ja, sehr gut. So, äh, bis dahin, mach's mir gut. Ciao.